Hallo, ich bin Marco Buscaric, bin 22 Jahre alt, bin hier in Bielefeld auch geboren, mache jetzt meine Ausbildung bei der Barmenia hier auch in der Bezirksdirektion. Ich bin sehr kommunikativ, rede sehr viel, bin ein sehr aufgeschlossener Mensch, gehe auf die Menschen zu. Mir persönlich wichtig ist, so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Wenn ich jetzt gerade nicht Jugendtrainer mache, dann bin ich selber sportlich aktiv, gehe gerne ins Fitnessstudio, gehe gerne laufen, treffe mich gerne mit Freunden. Meine Kunden können von mir erwarten, dass ich jederzeit für sie da bin, jederzeit, egal welche Fragen sie haben, sie zu beantworten. Vertrauen bedeutet für mich, dass der Kunde, wenn er Probleme oder Fragen hat, sofort auf mich zukommt und dass wir dann gemeinsam lösen. Ich verfolge das Ziel, den Kunden optimal zu beraten, ihn so aufzustellen, dass er finanziell keine Sorgen mehr hat. Falls Ihnen das Video gefallen hat und Sie mehr von mir erfahren möchten, rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir eine Mail. Ich freue mich auf Sie. Bis bald, Ihr Marco Buscaric. Untertitelung des ZDF, 2020